Ich habe das bald raus, wie das geht. Ich muss euch mal zeigen, wie er... Oh, das ist zu weit und zu tief. Wo ist denn das? Ah, jetzt hört es sowieso mal ab. Denn ist das E.I. Gut, er ist nicht sauer. Ja, da kriegt er schon mal zufrieden sein. Ja, da war ich ein toller Spazierjagend, ja. Richtig nett gewesen da draußen. Ich war am See. Am Teufelzüge. Da dachte ich schon, ich bin alleine, ja. Und denn so zwei alte Weiber, so ganz alte. Schreckliche. So wie man sich die bösen Hexen vorstellt, ja. Also eine davon war in Ordnung, die andere, äh, äh, die fing dann gleich mit Leine an und dies und jenes. Da habe ich die beiden an der Leine genommen und dann habe ich die, ja, die erst mal oben gekriegt. Ja, weil die, die waren nicht immer gewöhnt, dass ich sie anschnauze, ja. Und, äh, diesmal habe ich sie nicht angeschnauzt, äh, ich habe die bösen Hunde an der Leine genommen, haben sich wieder hingesetzt und dann habe ich, dann sind die da mit Absicht da geblieben, ja. Ja, an dem Strand da, die Ehe hat da ihre Zigarette gepopft, ja. Richtig demonstrativ, äh, jetzt bin ich aber gemein, jetzt bleiben wir mit Absicht hier. Ja, so ungefähr, ja, war echt niedlich, äh, muss ich sagen, ja, äh, die Hunde sind völlig artig geblieben. Es wird quasi so geil. Ja, ja, auf dem Rückweg genau das selber war auch alles Tutti, ja, ähm, kann nur eins sagen, der Jochen hat da irgendein Wunder gemacht. Ja, warum die auf jeden Fall so gut parieren, ja. Gut, äh, mir auch ja jetzt. Ey, was soll denn mit ihm hell und dunkel? Nein, verstehe ich nicht. Gut, jetzt kriege ich alles noch raus, wie das, äh, funktioniert hier. Ja, auch wie man Bewegungen besser machen kann und dergleichen. Ja, damit ich euch mal bei, äh, ach, Quatsch. Habt ihr, nee, wie spielt das denn nicht? 15.52 Uhr. Na gut, dann habt einen schönen Nachmittag. Lasst es euch übeln. Ist auch für heute das letzte, es reicht jetzt. Okay, ciao, Lou.